Ich grüße Sie herzlich aus der Pfarrkirche Namen Jesu im Pfarrverband München-Lain. Mein Name ist Christine Freudenthaler-Brosch und ich bin hier seit einem guten halben Jahr als hauptamtliche Kirchenmusikerin tätig und darf dabei die schöne Orgel des norddeutschen Orgelbaumeisters Christian Loback spielen. Ich stelle Ihnen heute vom zeitgenössischen kanadischen Komponisten Denis Bedard die Orgelmeditation über den alten Ostergesang Ophilii et philii vor. Wir hören hier einen Osterdialog, der uns leise, fast introvertiert anspricht. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Stück Sie gerade in diesen herausfordernden Zeiten anspricht und berührt. Ihnen alles Gute. Amen. 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 Amen.